Die Kirche Die Flasche ist in der Nähe von der Flasche. Guck mal, jetzt kommt die Kühe. Guck mal, jetzt kommt die Kühe. Hallo meine lieben Freunde, heute fahren wir hier mit dem Schiff Main, Frankfurt am Main. Genießt die Aussicht und ja, wir sind hier schon auf dem Schiff. Hier kann man auch was essen, so sieht das Ganze aus. Am Eis an ein Steak. Und ja, genießt das Ganze und wir sehen uns dann. So meine Freunde, das hier ist die Speisekarte. Bestellt habe ich mir eine Portion Pommes mit Mayonnaise und Ketchup. Das werden wir dann ein bisschen essen. Und so gibt es noch das ganze Zeug hier. Die Speisekarte klebt vor lauter Hitze. Man kann hier alles kaufen, Eis, Schnitzel, also sehr geil. Man kann hier auch Alkohol trinken. Ich habe das ja in Köln auch gemacht, da habe ich ein Kölsch getrunken. Und ja, das ist sehr nice. Und ich fahre jetzt 50 Minuten die erste Tour. Und es gibt es dann noch eine Tour, die geht zwei Stunden. Die habe ich jetzt aber nicht. Und ja, so sieht das Ganze aus. Da fliegt ein Flugzeug, das kleine Ding. Und ja, wir sind gespannt. Cool, danke. Okay, meine Lieben, wir fahren jetzt los mit dem Schiff Frankfurt am Mai. Da ist dann das nächste Schiff gegenüber von uns. Und hier oben drüber ist der Eis an der Stehnerbrüche. Und hier oben sind die Hochhäuser. Und ja, genießt die schöne Fahrt. Jetzt geht's los, meine Freunde. Frankfurt am Main. Schönes Wetter. Schöne Sonne. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord zu unserer kleinen Rundfahrt auf den Main. Die Reise führt uns Richtung Grießheimer Schleuse. Rechterhand sehen Sie die Leonardskirche. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist die zweitälteste Kirche Frankfurts. Ladies and gentlemen, welcome on board our sightseeing cruise on the River Main. This trip takes us as far as the water boat in Kayside. On your right, you can see Frankfurt's second oldest church, St. Lennon's, which dates back to the year 1219. So, also mir gefällt's hier. Ja, ich hab schon meine Cola bekommen. Ich denke, mein Essen bekomm ich auch gleich. Und ja, Prost! Ich bin auf jeden Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall. So sehen Sie die Friedensbrücke und wir kommen jetzt ins Festival von Peter. Der Alte Westhafen und der Westhafen zum Ausgabenhafen für Frankfurt bedeutungslos. Es entstand 2003 in den Stadtteil und Bürohäusern. Es ist noch nie ein Punkt. Die Gartenhäuser ist ein Punkt. Die Gartenhäuser ist ein Punkt. In der Frankfurter ist das größte Embry-Glas der Welt. Von den Frankfurtern auch wieder voll Gerichtes genannt. Weshalb? Vergleichen Sie doch mal die Architektur des Gebäudes mit einem Apfelweinglas. Gewisse Ähnlichkeit ist da durchaus vorhanden. Die Straßennamen im Westhafen-Viertel werden vor allem der Frankfurter Fischer zum Freude machen. Hier gibt es den Flusskrebssteg, die Stichholzstraße, die Zanderstraße, den Karton und den Backformenweg. Meine Fischer werden übrigens heute wieder gefangen und können bedenkenlos verzehrt werden. Und mein Wasser hat aufgrund der zahlreichen Filtermaßnahmen der letzten Jahre wieder eine gute Qualität. Die Stadt der Zanderstraße ist ein Punkt. Ahead uns, Sie sehen die Liebes-Vortraße in der Wind- have, weil wir jetzt die Westerhabe-Viertel-Viertel-Viertel-Viertel-Viertel. Das ist die Stadt der Westerhabe, die von Westerhabe, die von Westerhabe-Viertel-Viertel-Viertel-Viertel-Viertel-Viertel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020